Hallo liebe Zuschauer vom Autos-Bohmeister-Team, mein Name ist Sebastian Güttel. Heute präsentieren wir euch einen Neuzugang und zwar ein Skoda Octavia neues Modell in Rot Metallic. Erstzulassung ist Juli 2020 gewesen, hat jetzt 13.500 Kilometer knapp gelaufen, Schaltgetriebe mit 110 kW, dementsprechend 150 PS. Ja, wie man schön erkennen kann, LED Tagfahrlicht, Voll-LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit bei, ist eine Style Edition, da auch der Chrom-Grill mit bei. Was ich jetzt persönlich sehr schön finde, sind die Leichtmetall-Felgen aus Sommerbereifung hier, macht das Auto nochmal schön sportlich. Wir haben eine Keyless-Funktion mit drin, das heißt, Schlüssel in der Hosentasche oder in der Handtasche. Einmal gegenfassen, Auto verschließt sich, reinfassen, Auto öffnet sich. Ja, Türeinlässe, Fenstereinlässe in Chrom, Dachreling in Chrom. Sieht natürlich, wie das Modell auch ist, stylisch aus. Ja, ab der hinteren Sitzreihe nochmal verdunglte Scheiben, hat natürlich den Vorteil, im Sommer erhitzt sich das Auto nicht so doll und auch Wertsachen sind nicht so schnell erkennbar. PDC vorne zur Sicherheit, PDC hinten, wenn man hier immer einmal rumschwenkt, auch nochmal zur Sicherheit und auch eine Rückfahrkamera mit bei. Also alles, was das Herz begehrt. Einmal angetippt, Kofferraum öffnet sich, das heißt, wir haben eine elektrische Heckklappe mit bei. Wenn wir nochmal schön reinfilmen, haben wir hier einen schönen großen geräumigen Kofferraum. Das heißt, Familienurlaube steht nichts mehr im Wege oder Familieneinkäufe bzw. habt den größeren Hund. Hundebox auch gar kein Thema. So, ein Knopfdruck, die Heckklappe verschließt sich wieder. Ja, schöne Kombi, familienfreundlich. Findet ihr das Auto schön, lasst ein Like da. Habt ihr vielleicht Interesse an eine andere Farbe, sind wir auch für euch da, wir holen auch Autos für euch ran. Immer auf der Suche nach einem neuen Auto, abonnieren, also Abo drücken, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Aber genug von außen, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein und schauen, was uns da erwartet. So, angekommen im Skola Octavia. Ja, was wir haben, was neues, schönes Lenkrad, muss ich sagen. Sieht sehr spaßig aus, aber echt cool gemacht. Ambientbeleuchtung haben wir mit drin, hier einmal komplett drüber. Auch das Amateurbrett mit Stoff bezogen, ist auch mal was anderes. Großes Infotainment-Paket, wie man schön sehen kann, wo hier auch die Rückfahrkamera abgespiegelt wird. Navigation, Freisprecheinrichtung haben wir hier mit bei. Wir haben eine Klimaautomatik in zwei Zonen. Sitzheizung links und rechts, sogar Isofix für den Beifahrersitz. Ja, virtuelles Kombi-Instrument. Das heißt, wir müssen auch nicht immer rüber gucken aufs Navi, wir können uns auch hier abspielen lassen. Ist natürlich individuell einstellbar. Ja, also wie gesagt, Schaltgetriebe, wie vorhin schon erwähnt. Ich würde sagen, schaut euch das Auto einfach persönlich an. Ruft uns an, macht einen Termin, kommt einfach so vorbei. Wir sind für euch da. Euer Aldous Boomerster-Team. Bis bald. Das Fahrzeug, was ihr gerade gesehen habt, hat euch gefallen oder sagt euch sehr zu, dann ruft mich an. Ihr wollt weitere Videos sehen, dann schaut einfach weitere Videos von uns und ihr wollt natürlich auch dabei sein, wenn neue Fahrzeuge ins Haus kommen, dann lasst ein Abo da. Bis bald.